Der Samstag, den 10. Mai, aus dem Soweit des Viertel-Europes. Die Gedächtigung feiert am Kontext der Deklaration von Robert Schumann 1950, wo die Europäische Union sozusagen deklangiert ging. Wir feiern der Dr. Place Claire Fontaine, ein Größ-Viertel-Europes, das hier auch politische Parteien, weil ja das hier Europawahle sind. Da geht es Festivitäten, Dance und Musik. Wir sind vor allem auch ein Tableau-Rand, organisiert im Irrau an der Maison de l'Europe mit dem Conseilkonomie-Social-Europäen. Und da geht es auch nach Visiten von der Cour der Justiz, die Porto-Vertuel, zu können im Ambrus, an den Avertinen hier vor, an der Platte der Kirsch-Berge zu besichtigen, wo die Europäische Institutionen dafür gestalten können. Ihr seid alle willkommen. Kommt auf Viertel-Europa. Gebt die Familie.